Noyo Like a Rise Und Raw Fury Präsentieren Kingdom Und wir nehmen aber jemand mit rotem Umhang Ah, Mr. Warra, komm Ich will jemand mit rotem Umhang Ne, das war ein rosa, das zählt nicht Komm Ach man, ich will doch nur Na bitte Unser König Viele versagten Dieser König wird es besser machen Ja, na ganz klar So Na, das Tutorial können wir mal machen Hier sind wir nun In einem düsteren Wald Mist Ich dachte, man kommt weiter, na gut Hoffentlich fällt die Fackel noch lange In diesem kalten Wald Alte Strukturen Kingdom Äh Äh, weg da Letzter Fall Das ist ein Zeichen Für unsere Gesellschaft Ja, ja, ja Halt's Maul So Was? Ja Und damit dann herzlich willkommen Zu Kingdom Und wir verfolgen mal den Geist Kenne ich andersrum, aber Gut Oh, Geld Geld, Geld, Geld Äh, YouTube Nein Guck mal Die Rehe klauen mir das ganze Geld Die müssen jetzt alle verkloppt werden Halte nach unten gedrückt Um das Feuer zu entfachen Ja, aber das brennt doch schon Na gut So Mit drei Goldmünzen haben wir jetzt erstmal ein Feuer entfach Okay Drei Ein Feuer entfacht Bla Jetzt kaufen wir die Leute Jetzt kaufen wir einen Bogen Jetzt kaufen wir einen Äh Was ist das? Bauarbeiter So Komm beeil dich mal Du ziehst voll das LP in die Länge Na komm mach hin Ich fress dem die Mütze weg Ey Das ist meine So, ich soll noch irgendwas machen Um eine Mauer zu bauen Ja, bitte Hm Okay Und jetzt Jetzt können wir hier machen Was wir wollen Sehr schön Nein, können wir nicht Warum können wir hier keinen Turm hinbauen? Warum verfolgt Lass mich in Ruhe, Geist Nein, er ist da Geh weg Hier, du hast mein Gold Geh weg Nimm das Reh Nicht mich Er ist weg Tschüss So Du da Guck mal, du kriegst immer Geld Ich geb einfach fremden Leuten Geld Hier, du auch Nimm ruhig Klar Macht man halt so Und hier ist schon wieder Wald Nö Den holst du dir später ab Ich hole das Reh ein Haha Wir lassen das mal für unseren Jäger Ah, hier Jetzt kann Oh Ähm Jäger Du hast da noch was, oder? Ah, danke So Wo ist das Reh hin? Hier Ah, sehr schön Danke Wo ist überhaupt der Typ? Hier Ah, der versteckt sich Clever Oder das ist ein Back und der hat keine Textur Ich weiß es nicht Mal sehen Na doch, wir haben genug Gold Wir bauen jetzt erstmal hier so ein Hallo Nein, es ist zu dunkel Oh Erweitern können wir das aber noch Na dann bauen wir erstmal den hier So Und noch ein Bauarbeiter Obwohl, ne Für die erste Nacht lieber ein Bobenschutz So Und ich muss zu Anfang gleich sagen Ich hab nicht so viel Ahnung von Kingdom Ey Hat der mich grad abgeschossen? Ich lass dich von einem Pferd vier teilen Komm her Bum 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 Party Huch Kann man eigentlich nicht den Typ hier? Den kann man doch kaufen, oder? Dann gibt er einem Gold War das nicht so? Hm Und der Mond ging auf In der ersten Nacht Ja Wie gesagt Ich hab ein bisschen Ahnung Aber nicht so viel Ahnung von Kingdom Das sieht man daran Dass ich in der Nacht rumlaufe Hätten wir Gold Könnten wir das jetzt bauen? Naja Warte mal Die Musik ist noch ein kleines bisschen laut Hier ist schon wieder nicht mehr unser Dorf, ne? Nein Gibt's hier neun? Nö Keiner eingezogen Klar Weil wir auch so in einem stinkigen Zelt leben Wenn wir hier Wir haben hier nicht mal ein Zelt Was ist das bitte für ein beschissenes Dorf? Also mal Ne Wie viel brauchen wir? Drei Auf der anderen Seite Können wir hier noch einen bauen? Nö Haben wir auch schon Dann mach du mal Hier Bauarbeiter Komm mal her Ah Fein Was? 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 Klar Schieß doch in so einem hohen Bogen Naja Achso Der gibt am Anfang gleich Geld Okay Und jetzt kann man den kaufen, ne? Genau Bitte Gut Finanzexperten gab's im Mittelalter scheinbar auch schon Finde ich gut So Und als erstes upgraden wir unser Dorf Jetzt haben wir nämlich auch Zelte Ich dachte, das ist ein Paradox-Logo Ist aber unlob Ich geh da Oder Naja, egal Hm Ein Gold Ein Gold Was machen wir damit? Haben wir jetzt schon Sensen? Nein Aber ne Flagge Das ist ja schon mal schön Huch Achso Wir können Ja, könnten Ausbauen Ah Hallöchen Hier ist jemand Neues Bitte Was macht der? Ist das unser Jäger? Ja Scheinbar Und was ist mit dem hier? Kriegen wir hier? Nö Hier sind keine Leute, oder? Nö Wir könnten das Reh aber jagen Nein Okay, können wir doch nicht Ähm Ja, passiert mir auch ständig Was? Man, gibt's hier noch eine? Ja, okay, können wir Was? Ist das clever, das am Anfang schon zu machen? Ne, ne? Wir können irgendwie fett viel Geld ausgeben Guck mal, hier ist noch eine Truhe Wie geil Okay, noch eine passt nicht in unseren Rucksack Geil, dann können wir schon mal das Schiff bauen Ich glaub zumindest, dass es Schiff ist Oder? Ist doch jetzt bei Newlands Ich hab mich natürlich null informiert Vor dem Let's Play Bing, 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 bing Au Hey Jetzt hat er's kaputt gemacht Egal, wir upgraden mit dem Rest Unser Dorf Ja, guck mal Unser Pferd, die freut sich auch schon Ja Und freu dich nochmal Yay Okay, jetzt mach aber mal hin Bäm Diesem ekligen Wetter Ist grad wie draußen Sind hier jetzt neue Leute? Nein Was macht der Bauarbeiter? Rennt er jetzt bis zu dem Schiff? Hm Was ein Klon Was machst du? So triffst du nie So, wir upgraden erstmal schön fleißig unser Dorf Hey So und so Und dann bauen wir aus dem Rest Bögen Ähm Oh Gut, das war jetzt nicht so viel Oh, und wir können schon wieder unser Dorf upgraden Sehr schön Ich hab das ja mal kurz anprobiert Damit ich nicht ganz planlos in die Aufnahme starte Da konnte ich nicht so schnell upgraden Falls ich überhaupt die nächste Stufe gemacht hab Weiß ich gar nicht Das werden wir ja herausfinden Oh Hier liegt Geld rum Warum sammelt das denn keiner ein? Nö, der hat auch keins Aber wir können noch einen Burgen bauen Oder noch Ja, vielleicht eher noch einen Bauarbeiter Der Arme Muss eine ganze Stadt alleine bauen Oh Ja, okay Die kriegen wir aber klein Das ist jetzt nicht so das Problem Gell? Warum lassen die Dinger eigentlich kein Gold fallen? Ich mein Die wollen ja Gold Dann Ja gut, macht keinen Sinn Stimmt Wie war das? Erst denken Dann sprechen Wo arbeitet denn der? Hier Ist vielleicht etwas spät Und zum Glück sind die von der anderen Seite gekommen Achso, na, natürlich Ja, jetzt rennt er ja da hoch Das heißt, er könnte keine Tiere mehr jagen Herr Typ da vorne, wir brauchen Geld Dankeschön So Ja, ja Ding, Dang, Dong So Und wir können Ah, wir können jetzt Sensen bauen Sehr gut Flon Und jetzt haben wir schon Naja Zumindest eine Palisadenmauer Textur Für, keine Ahnung Acht Gold Wie viel war das? Ich hab's mir nicht gemerkt Hast du Geld? Ja, komm schon Ich bin nur dein König Du hast doch mal zwei Euro, oder? Komm schon Hm? Wir fressen wieder seine Haare Der Zopf ist auch lustig Wie der in der Luft schwebt Na gut Gibt's in die Richtung eigentlich auch Kisten? Ich mein ja nur Achso, hier ist natürlich wieder unsere Gesellschaft Hallo Reh Ah ja, genau Das können wir ja kurz jagen Es gibt drei Coins Hey Ey Läufst du wohl weiter? Nein Oh, der Jäger ist doch blöd, ne? Warum der das sofort anschießen muss Schnell, unser Pferd kann bald nicht mehr Oh, du Kackrehe Nein Ha Wir schafft Ja, okay Das wird schon Ja, ist ja gut Das wird schon getötet Das machen wir Hi Achso, du bist auch ein Reh Ja, schnauf Können wir Na Okay, ich glaub Solange das schnauft Geht das nicht Und neue Welten Eröffnen sich In Kingdom New Lands Heißt das Wir können hier Unser Dorf ausbauen Was ist das? Okay Eine Holzrakete Haben wir auch Okay, ich lauf wieder zurück Hier gibt's nichts weiter Können wir hier kurz grasen? Ja Der Nebelschleier Setzt sich Durch den Wald Und durch die kleine Lichtung hier Ah, okay Der hat fertig gefressen Super Und wir reiten daheim Nach daheim Oder Ach, bla Wie ich mich kenne Hier wird's schon stimmen Ja Jux, ich bin wieder da Ich hab ein Reh mitgebracht Und der wird das jetzt gleich Wieder anschießen Pass auf Ja, das war so klar Puh Ach man Der hat doch Feuer Warum treibt der das Reh Denn nicht jetzt? Und? Ich schieße es wieder an Na So Oder ist es jetzt? Nö Der hat seine Arbeit eingestellt Der kleine Kacker Ah, sehr gut Kriegen wir wieder Geld daher? Nö Haben wir den überhaupt angeheuert? Ich glaub, das hab ich vergessen, oder? Ähm So, wir brauchen nochmal einen von euch Achso, wir hätten auf eine Sense sparen sollen Naja Hier, du, komm mal her Du musst doch hin und machen Komm Hm, ist ja nur Nacht Ich kann mal ganz gemütlich hier lang laufen Lalalala Oh, hier ist schon wieder Action Hi Oh, du kannst nix Junge Was macht Wie schlecht ist der Bogenschütze denn? Alter Genau Der eine besiegt uns jetzt Alter, du kannst nix jetzt Da ist der Bauarbeiter stärker, wenn der dir mit nem Hammer haut Der trifft den halt echt nicht, ne? Alter Ja, genau Ah, du bist gefeuert Hier, verbrenne Ja, du bist gefeuert 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 Ja, du bist gefeuert